Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo von mir vom Badeschlappen. Und es gibt ein paar Dinge, die ich ankündigen möchte. Zuallererst möchte ich mich mal in den Urlaub verabschieden, denn ich bin vom 11.8. bis zum 12.9. erstmal weg. Zwei Wöchchen mit den Eltern ein bisschen in Deutschland unterwegs und dann noch zwei Wochen mit Freunden in Kroatien. Also da bin ich erstmal weg und da sind wir gleich beim nächsten Thema, nämlich ihr werdet euch fragen, wie geht es denn mit den Videos weiter in dieser Zeit. Ja, also ich denke oder ich versuche es in den ersten zwei Wochen Internet zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Laut dem Besitzer des Hauses, wo wir dann wohnen, gibt es dort WLAN. Muss ich mal gucken, ob das dann wirklich so stimmt und ob da dann wirklich alles so funktioniert. Ich habe auf jeden Fall viel, viel vorproduziert und möchte es wirklich so abhalten, dass ich jeden Tag ein Video veröffentlichen kann. Habe mir das Ganze so vorgestellt. Jeden Tag FM wird ein bisschen schwierig, deswegen möchte ich es so machen, dass ich einen Tag Fußballmanager bringe. Den nächsten Tag FIFA, dann wieder Fußballmanager und so weiter und so fort. Also diese beiden Projekte immer abwechselnd rausbringen. Kann auch mal sein, dass ich an dem Tag kein Video schaffe. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich es einfach zeitlich nicht hinbekomme. In den nächsten, also in den zweiten zwei Wochen, die ich dann weg bin mit Freunden, da geht es dann auf jeden Fall. Also da werden dann wirklich jeden Tag Videos erscheinen. Da dürfte es dann normalerweise keine Ausnahme geben. Muss ich aber auch mal gucken, ob das dann wirklich alles so funktioniert. Also so ist zumindest die Theorie hier bei mir. So habe ich es mir zumindest vorgestellt. Okay, dann nächstes Thema. Genau, neben den Videos sind natürlich auch die Kommentare immer heiß begehrt oder angesagt, wo ich wirklich auf jeden Kommentar achten möchte und auch antworten will. Weiß ich noch nicht so richtig, ob ich das im Urlaub schaffen kann. Muss ich mal gucken, wie oft ich da am Tag dann reingehe. Bin ja dann auch viel unterwegs und so weiter. Möchte da nicht im Urlaub den ganzen Tag vorm iPod hocken oder sonst was. Von daher, ich denke, ich werde schon mal ein bisschen kommentieren. Aber ob es dann so regelmäßig wird, wie es momentan ist, wenn ich daheim bin, auf jeden Fall nicht. Also ich denke, ihr könnt das Ganze ja auch nachvollziehen. Und ja, da werde ich dann auf den einen oder anderen Kommentar eingehen, aber nicht mehr. Da habt ihr auch schon ein paar Vorschläge gemacht zum Fußballmanager, bevor wir, oder bevor, wo ich es angekündigt habe, dass ich in Urlaub gehe, dass ihr nochmal ein paar Vorschläge habt. Es wurde auch vielleicht ein kleiner Spoiler zum Fußballmanager. Also wer es nicht hören möchte, bitte ganz kurz stumm schalten für 10 Sekunden oder so. Denn das möchte ich vielleicht so ein bisschen verraten. Es wird einen Megatransfer geben für 12,5 Millionen. Wird einer zur Hertha kommen. Mehr möchte ich nicht verraten. Der uns aber sportlich auf jeden Fall richtig weiterbringt. Freue ich mich riesig drauf. Hat auch schon gut eingeschlagen, muss man wirklich sagen. Ich habe ja schon einige Folgen jetzt vorproduziert für die nächsten vier Wochen. Also da hat er wirklich richtig gut gespielt. Der neue Mann bei uns. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zum nächsten Thema. Denn wir hatten noch das Kick-Tipp-Spiel angesprochen. Ihr wolltet mal wieder ein bisschen tippen, wie wir es schon bei der Europameisterschaft 2012 gemacht haben. Da vielleicht auch nochmal kurz der Hinweis. Nicht wundern. Ich habe ja gesagt, der Gewinner bekommt irgendwas. Und wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir zusammen ein Video machen, dass wir hochladen. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Denn das Spiel, mit dem wir es machen wollen, ist noch nicht erschienen. Also von daher dauert es leider noch ein bisschen. Aber gut, ist ja kein Problem, denke ich. Darauf könnt ihr ja noch ein bisschen warten und euch überraschen lassen. Genau, Kick-Tipp waren wir stehen geblieben. Bundesliga-Saison, wir wollen ja wieder eine kleine Runde machen. Ich glaube, die Mitglieder, die bei der EM 2012 schon dabei waren, dürften noch gespeichert sein. Also die müssen sich nicht neu anmelden bei der Gruppe. Alle anderen, die Bock haben, Link ist unten in der Beschreibung. Ja, Prinzip ist ganz einfach. Ihr könnt die Bundesliga-Spiele tippen, bekommt dafür so und so viele Punkte. Und dann wird eine Rangliste erstellt, wer ganz oben steht, wer gut getippt hat. Und wer, wenn nicht so ganz so gut getippt hat, wer öfters mal daneben gelegen hat. Und ja, ich weiß noch nicht, ob wir da auch wieder einen Gewinner machen. Ich denke mal, wenn wieder, vielleicht ein kleines Video. Aber da geht es jetzt wirklich hauptsächlich darum, ein bisschen Spaß zu haben. Das andere war ja mehr so ein kleines Abo-Special. Deswegen habe ich ja da einen kleinen Gewinn ausgesagt oder ja, ausgeschrieben. Aber ja, bei diesem Ding geht es wirklich nur um den Spaß in der Fußball-Bundesliga. Wir können auch mal schauen, dass wir vielleicht, wenn die Champions League und der DFB-Pokal ein bisschen fortgeschritten ist, da dann im Achtelfinale oder so auch einen kleinen Tipp dort abgeben. Sprich, das Ganze noch mit reinziehen. Aber das kann man ja noch kurzfristig entscheiden. Ist ja alles kein Problem. Genau, also linken unten in der Beschreibung. Wenn ihr mittippen wollt, kein Problem. Ich schalte euch frei. Jeder kann mitmachen, der will. Und ja, dann geht es los. Dann schauen wir mal, wer am besten tippt. Dann, mein letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist die Fußball-Bundesliga nochmal. Denn ich hatte eigentlich vor der Bundesliga-Saison ein paar Videos hochzuladen, wo ich so ein bisschen analysiere, wie ich denke, dass die Saison verläuft, wer wo steht, wer absteigt, wer Meister wird und so weiter und so fort. Das schaffe ich jetzt leider nicht mehr, denn wir haben heute schon Donnerstag. Und wie gesagt, am Samstag in der Früh oder ja, Samstagnacht fahren wir dann schon los. Also das wird ein bisschen knapp. Das bekomme ich leider nicht mehr hin. Aber ich habe mir gedacht, du kannst ja nicht die Bundesliga einfach so auf dich zukommen lassen. Da musst du dann schon zumindest ein bisschen was machen. Da habe ich mir Folgendes überlegt, dass ich einfach auf Facebook die 1. und 2. Liga immer ein paar Sätzchen, also nochmal von neu, jeden Tag gibt es zu Mannschaften aus der 1. und 2. Liga ein paar Sätzchen. Sprich, ich nehme zum Beispiel am 1. Tag aus der 2. Liga Ingolstadt und 1860 München, schreibe zu denen beiden, was sie von denen halt, was sie erreichen können in der Saison und gebe meinen Tipp ab, dasselbe dann auch in der Bundesliga, um so dann praktisch kleine Puzzleteile für eine Tabelle zu haben, die dann am Schluss mit dem letzten Tag dann praktisch kompletiert wird. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mache. Es wird auf jeden Fall so sein, dass ich es dann im Urlaub immer einfüge in Facebook und poste. Ihr könnt natürlich, wenn ihr wollt, darunter eifrig mitdiskutieren, ob ihr der gleichen Meinung seid, ob ihr anderer Meinung seid, wenn es um euren Lieblingsverein geht zum Beispiel oder sonst was. Ist gar kein Problem, würde ich mich freuen. Ich denke, auf Facebook kann man da doch schon so einiges machen. Und ja, ihr müsstet mich halt einfach als Freund hinzufügen. Dann habt ihr diese ganzen Privatsphären-Dinger umgangen und könnt das Ganze auch lesen, mitwirken und so weiter. Es sind ja jetzt schon mittlerweile 85 Freunde bei Facebook, glaube ich, oder 84. Da nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Also richtig geile Sache, dass es so schnell geht, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass da wirklich auch viele auf Facebook mit rüberspringen und dort auch eifrig mitdiskutieren, eifrig mitkommentieren und so weiter und so fort. Also da nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön. Ich glaube, das dürfte so ziemlich gewesen sein von meiner Seite. Also wie gesagt, die Kolumne, es wird jeden Tag geben, praktisch. Ich weiß nicht, ob ich es dann mache. Bundesliga-Start ist, glaube ich, am 24.8. Heute ist der 9. Ab dem 12., da müsste ich mal überlegen, ja, wie ich das mache. Also ich denke, es wird irgendwie so ablaufen, dass dann der letzte Teil dieser Analyse oder ja, dieser Prognose oder wie auch immer am 23. oder 24. August dann wirklich erscheint, dass dann mit Bundesliga-Beginn diese kleine Vorbereitungsphase von mir abgeschlossen ist. Zweite Liga ist natürlich ein bisschen blöd, weil sie schon begonnen hat, aber ich denke, so viel konnte man da auch noch nicht rauslesen, alle drei Absteiger erstmal nicht gewinnen können. Von daher denke ich, ist da noch ein bisschen Luft nach oben bei allen und dann würde ich das Ganze eben so angehen. Kick-Tipp-Link ist nochmal unten in der Beschreibung, um das nochmal zu erwähnen, wer Lust hat, einfach mitmachen. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich einfach mal in den Urlaub für die nächsten vier Wochen, entspanne mich ein bisschen, ruhe mich aus und danach komme ich wieder mit voller Power zurück und dann spielen wir zusammen den Fußballmanager. Zwölf zunächst nochmal und ab dem 14.10. kommt ja dann der FM 13 raus, FIFA 13 kommt auch noch raus, da wird auch noch einiges gemacht und so ein paar Projekte sind noch geplant, die ich jetzt aber noch nicht verraten möchte. Außerdem natürlich noch der Fußball-Podcast mit dem Arno, der wird auch weitergeführt, ganz, ganz klar, der ja dann auch erstmal im Urlaub ist und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal also für die nächsten vier Wochen. Bis dahin, bleibt schön, euer Badeschlappen, Servus!